Redaktion, Anzeigen, Druck und Vertrieb. Die Mitarbeiter der Lippischen Landeszeitung sind 24 Stunden für Sie im Einsatz. Viele lesen jeden Morgen die Zeitung, wissen aber nie, wie es entsteht. Man sieht die Zeitung anders, weil man sieht, wie viel Arbeit drin steckt. Technik muss harmonieren, um zu informieren. 25 Tonnen Papier und 350 Kilogramm Farbe rauschen mit 25 Kilometern pro Stunde durch unsere Druckmaschine, damit Sie Ihre Lippische Landeszeitung morgens pünktlich im Briefkasten haben. Wenn Sie auch gerne live sehen möchten, wie die Lippische Landeszeitung produziert wird, sind Sie herzlich eingeladen, uns zu besuchen.